Wir haben es ja schon um 18 Uhr, da müsste eigentlich langsam mal da sein. Da wird doch nicht kränkeln. So, ich bin ein paar Jahre alt. Wegen dem Mikro lag wahrscheinlich da... Achso, ja, genau. Falls das noch ist, müssen wir Alexi mal um Rat fragen, dass wir das gleiche Problem haben. Die Empfindlichkeit im Discord war zu hoch, okay. Na gut, probieren wir, werden wir dann sehen, Olli. Hier lief doch gerade einer. Oh, noch mal, noch zufrieden, so. Lass es dir schmecken, junger Mann. Lass es dir schmecken, junger Mann. Okay. Gut, bis gleich, Lexi. Naja, wir werden sehen. War ja nur so eine Idee, weil du das gleiche Problem hattest. Olli, bis dann. Lass es dir schmecken. Du bist ja auch Baujahr 71. Wegen junger Mann, was? Wir sind doch noch jung, Olli. Wo muss ich auch draus? Ganz hinter, ne? Sehr gut. Sehr gut. War das dann da draußen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. 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 Hey! Mero, grüß dich. Wird hier wieder rumgegaunert, ja. Wird hier wieder rumgegaunert. In Richtung Checkpoint habe ich Schüsse gehört. Ah, ne, das ist da drüben. Okay. 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 Mann. Ich muss heute noch Zielwasser saufen. Ich muss heute noch Zielwasser saufen. Aber hier oben hat auch noch einer. Fate bin. Ờ. Si. Bo. Hier ist der Pfeil! Oh, da werde ich mit einem Witzmeer selber schwummerig vor Augen, bei meinen irrsinnigen Moves Was? Überall. Alter, eine von den Nutzen gab es. Helm rettet Leben, glaube ich. Also mir war schon schwummerig. Klaus war vor dir da. Wie meinst du, dass Klaus war vor mir da? Das ist schön, die sollten alle herkommen. Komm, Klipp voll. Jetzt rennt er wieder weg. Hat mich gemeint. Wegen da. Achso, wegen da. Achso, ja, stimmt ja. Ja. An die scheiß Rollen habe ich schon mal gar nicht gedacht. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Aber hier war ein bisschen. Ich bin der Mann, der Mann! Der Mann, der Mann! Hier ist der Mann! No, komm her. Den brauchst du eh nicht. Mach weg den. Wie hin? Den Delay. Ey, verwörst mich schon wieder, Alter. Ich blick schon wieder nicht mehr durch. Ich kann den Delay nicht wegmachen. Wie soll ich das machen? Soll ich sagen, hey, Twitch. Mach bei mir mal keinen Delay. Weil ich's bin. Der Matze. Ich brauch sowas nicht. Kann ich nicht beeinflussen, junger Mann. Ich kann's höchstens noch schlechter machen. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich glaube, hier haben wir aufgeräumt. Drüben am Checkpoint war noch einer. Da können wir noch mal kurz hingucken. Man kann den bis auf Null runter machen. Nee, wie soll ich denn das machen? Ehrlich? Warte mal. Muss ich irgendwann mal gucken. Also ich war der Meinung, ich kann den Delay hier nutzen, der ja doch schon relativ gering ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Boah, der kam hinter mir runter geflattert. Da liegt die Bescherung. Den musst du aber ein paar Stühle hinter dir aufstellen. Alter. Da ist mein Hirn nicht mehr mit. Oh Mann. Da muss ja immer Stühle hinter dir aufstehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dann müssen wir hinter dir sitzen. Dann müssen wir hinter dir sitzen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist ja bei euch noch schlimmer. Oh Mann. 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 Ich bin nicht von der Bulle genascht. Oh Mann. Oh Mann. Was habe ich mir für Scheiße aufgesammelt? Erstmal den Plunder rausschmeißen. Warum geht das da nicht dran? 1... 1... 1 halbes Bier oder 1 bis 2? Ne. 1 halbes. So steht es ja da. Also das glaube ich habe ich richtig interpretiert. Das geht nicht. Ich brauche was zu essen. Ok. Ok. свойst Snifficonda. Wo geht man das denn? Naja, das geht ja noch. Ein halbes Bier geht ja noch. Vielleicht brauche ich auch ein halbes Bier. Oh, ich brauche es essen. Drüben in der Tanke gibt es bestimmt Futter. Kein Glück. Das ist schon durchgekrast, wie es aussieht. Ich trink gerade mein zweiter Freundin ist gerade fertig mit Arbeiten und geht einkaufen. Ich habe direkt so gesagt, sie soll doch bitte ein Bierchen für mich mitbringen. Macht sie das auch, ja? Siehst du mal, wie lieb die ist. Das musst du zu schätzen wissen, Lexi. Manche bringen dir nicht nur ein Bier mit, sondern sie nörgeln auch noch direkt rum. Wenn du es dir selber holst und trinkst. Bis 12 Uhr arbeiten, okay. Ich bin morgen auch nicht da. Also ich kann heute auch nicht so lange streamen. Also regulär Tarkov streamen geht. Aber sonst wollte ich ja eigentlich immer noch ein bisschen Counter-Strike hinten dran hängen. Das wird nichts. Weil ich morgen zum Lehrgang muss. Mann, ich brauche Essen. Ich wette mit euch einer, der Steffs hatte schon was dabei. Muss so sein. Nichts. Futter. Oh, du glückseliger. Ja. Oh, du glückseliger. Manche haben sich doch zickig. Ich meine, ich nicht, trinke ja kein Bier. Also ich trinke schon Bier, aber ich brauche sowas nicht im Haus. Aber man hat ja schon viel gehört. Ich habe gerade einen Lehrgang. Na dann. Ein Lehrgang. Also ich habe wieder eins der Kleider. Ich brauche kein Feuer. Ich brauche nur noch zwei H Antonio. Ich brauche nur noch zwei H dela. Ich brauche meine Comeskampen. Ich brauche meine Mitkampen, ich brauche ich keine Laute. Ich brauche nur noch zwei HAL. Ich brauche keine Ahle. Ich brauche nur noch zwei HAL. Hey, meine Waffe wollte ausgehen. Erntedankfest. Hier wird da Loot eingefahren. Ach, Level 11. Wollen wir ihn seine AK lassen? Das sind wir ja gar nicht so. Nice, easy, noch zwei BMC-Kills. Ein Maschinenmensch. Naja, der eine war Level 11. Der andere hier oben kam mir schon ein bisschen dicker vor. Vielleicht wegen Rucksack. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er sah gar nicht so schlecht aus aus der Entfernung. Aber ist natürlich rein aus medizinischen Gründen. Erstens hat mein Arzt gesagt, ich soll viel trinken. Und dann ist es auch die wöchentliche Schluckimpfung. Frag den Samurai, der weiß das. Samurai ist ein Leib- und Hofarzt. Ja, Lexi glaube ich auch. Vermute ich mal. Also das sah schon ein bisschen besser aus. Ach, hier eine Pistole. Was will ich damit? Oh, wir müssen uns sputen. Zehn Minuten noch. Hier ist meine Nahrung. Da kannst du dich mit Fleischbänder zusammentun. Ach, jetzt habe ich die PP weggeschmissen. Scheiße. Naja, aber wir haben noch vier volle Magazine dann. Das sollte reichen. Und zwei Schuss PP, die übrig bleiben. Oder drei. Lexi, ich danke dir. Mann, was ist denn mit diesem Scheiß? Warum hackt das so ab? Alter, ich verstehe es nicht. Lexi, ich danke dir auf jeden Fall für 300 Bits, mein Bester. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Freue ich mich riesig. Danke, danke. Oh, der Mann weiß zu leben hier. War für die komisch gemottete M4. Naja, die nehme ich direkt mit. Geil, jetzt hier rein schnöbern. Oh. BD. Nein, ich wusste, dass es hier voll ist. Jetzt hätte ich es gelassen. Naja, komm, wird schon gut gehen. So, was rotieren wir jetzt hier um? Äh, den Daddybär da rein. Das kann man lassen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Oh, jetzt brauche ich trinken. Oh, jetzt brauche ich trinken. Ach du Scheiße. Naja. Bier, Butter auch da rein. Ein 4er-Slot rein kann. Ist darüber. Nimm alles mit. Hast doch Exit an der Tanke. Ne, das Exit an der Tanke ist, glaube ich, nicht meins. Das ist nicht meins. Ich kann nur Ruafrotblock hoffen, dass der offen ist. Aber sieht ja so aus. Sind keine Fragezeichen dran. Tanke Exit? Nein. Habe ich nicht. Klaus. Hi Matze. Grüße. Grüße. Der Matze ist schon immer voll bepackt. Ja, ich sehe es. Gerade ziemlich lange gedauert, bis ich dich angezeigt bekommen habe bei Twitch. Aha. Ich habe erst gedacht, du streamst gar nicht. Komisch. Ah, komisch. Naja, 5 Minuten, das sollten wir schaffen. Hier vor, dann da Drogenbude und dann raus hier. Vielleicht noch ein, zwei Skefs am Exit erschießen. Kein S4-6 oder Mule dabei, ne. Ich brauche so einen Injectors Case. Ich weiß, gibt es eins von Therapist irgendwann. Aber wenn nicht, werde ich mir mal eins kaufen. Von dem bisschen Geld, was ich habe. So ein Millionär. Ich habe gar keinen Ausdruck, aber ich habe glaube ich 35 Millionen. Jetzt. Wieviel hast du für die Karte bekommen? Neun. Ach boah. Hm. Nö, ich mache immer Skefrans zwischen den streamfreien Tagen. Und da kommt einiges zusammen. Und jetzt wird es aber gekriegt. Ich habe nur 6 Millionen, Max. Kannst du mir was abgeben? Naja, geht ja nicht. Warum? Also ich kann dir auch was mit reinbringen, wenn du es brauchst. So, Fünfe? Ja, das geht ja nicht. Ich glaube, du kannst ja bloß immer 200. Das kriegen wir heute gar nicht hin. So lange bist du gar nicht da. Ich auch nicht. Nein, ich brauche auch nicht. Ich habe genug. Wenn du was brauchst, bringe ich dir was mit. Nein, warte. Ich habe doch genug. Ich weiß nicht, wie viel man mit reinnehmen kann. 250.000 oder so. Ich habe so viel Money, ey. So viel Care. Aber da müssen wir eigentlich auch aufpassen, nicht, dass die uns dann wegpannen. Wenn ich dir hier Kohle mit reinschleppe. Die haben sie ja da so wirklich. Warte. Du brauchst mir keine Kohle mitbringen. Ich kriege auch woanders Kredit. Aha. Kredit von Wasi. Grüß dich. 500.000. Erzähle, Klaus. Ich habe wie gesagt ja 6 Millionen und mein Stash ist voll. Ja. Eins, was immer ein bisschen hapert, ist die gute Money, ne? Mhm. Aber da kann ich schon wieder welche kaufen, glaube ich. Ja, wie viele Skeps wäre ich auch schon an, was denkt ihr? Zehn? Die Hälfte. Brauche ich jetzt nochmal zehn. Oh. Komm hier raus. Ui, jetzt gehen wir doch schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Wie läuft's? Gut? Wasi. Gut läuft's. Oh. 7.000 XP. Sie ist die Anmut selbst. Ach naja. Die Charme ist von deiner Herzlichkeit. Danke, Thomas. Die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Na ja. 14 Skeps und zwei Spieler. Dann brauche ich ja nur noch sechs Skeps. Bis zum nächsten Mal.